Hallo, ich bin Isaac und das ist mein Lasergun. Er ist eine Präzion, B***h. Diesmal nicht. Wohin geht es jetzt? Wohin geht es jetzt in diesem äußerst beliebten Let's Play? Was von NIEMANDEM gespielt wird außer mir. Ja, schaut mal links oder rechts. Ja, ich glaube, das ist rechts vom Video. Haufenweise andere Let's Player zu Dead Space. Was für ein... Spaß. Hallo Kendra. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Ja. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Pfui, das stinkt wie Pups. Aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Okay. Oh, wieso trage ich überhaupt diese Waffe? Sie besitzt überhaupt keinerlei Munition. Wer hat diese Lampen hier aufgestellt? Wo auch immer es war, ich hab sie kaputt gemacht. Ja, 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 ja. Und die Leichen. Die Leichen wurden aus den Säcken entfernt. Oder sie haben sich befreit. Je nachdem. Eva creates this area immediately. Nö. Willkommen zurück. Was? Die natürliche Ordnung. Sind Sie... Sind Sie blind wie der Rest? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Anscheinend hat jemand die Türschlüsse auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Heißt das, jemand mag mich nicht? Aber jeder mag mich! Ich bin Isaac, der Mechaniker! Okay. Oh, seht mal! Wir können einen Spind öffnen. Und finden ein kleines Medi-Pack. Hurra! Nee, Ernsthaft, schaut euch mal die anderen Let's Plays an. Zu Let's Base gibt einige andere Let's Player, die spielen das Spiel auch blind, was bei einem Horrorspiel vielleicht auch besser ist. Lasst euch mal überraschen. Ich hab in ein Paar reingeschaut und ich find sie ganz gut. Zzzzt. Willkommen zurück. Und die Krankenschwester ist wieder da. Déjà vu. Hä? Oh! Hi! Au! Sonst geht's, ja? Au! Na, Baby, Baby, Baby. Also die eklige Art von Baby. Nee. Tot. Auch tot, aber hinterlässt mir kein... Nichts. Kein Ring, gar nichts. Stahlmunition. Ich möchte Lasermunition. Ich möchte die gute Waffe benutzen. Die gute Waffe, die uns vor allem beschützen kann. Stase, ja! Gluck, gluck, gluck. Ach, das bisschen Energie, das wir verloren haben. Hab dich nicht wie ein Mädchen, Isaac. Äh... Wir haben mal viel Mädis. Sehr viel Mädis. Dann können wir jetzt auch... Äh... Ach, benutzen wir jetzt ein mittleres? Nutzen? Gluck, 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 gluck. Und weiter geht es. Zur Diagnostik. Hä? Hey, stimmt doch was nicht. Was soll das? Das irritiert mich. Oh, was ist das? Ach so, nur eine Leiche. Ja, okay. Explosivstoff! For you and me! Iiii... Iiii... Eine neue Art von Gegner. Willkommen. Baaah! Oh, falsch. Ja. Sehr schmacko. Und... Die sind so süß. Ach, nee, die sind so eklig. Ich hasse sie. Erstens mal, sie schießen diese... Ausgeburten, die dann selbst nochmal auf uns schießen. Oh, fuck. Ah, und... Sie schreien noch die ganze Zeit. Das ist ekelhaft. Nee. Und wir dürfen hier noch nicht zu nahe kommen. Glaube ich. Komm, triff! Fick dich! Nee! So kommen wir hier nicht weiter. So kommen wir hier nicht weiter. So kommen wir hier nicht weiter. Rückzug! Ach, Wesenskampf. Dieses Geschöpf nicht verfolgen. Vielleicht hilft uns... Dieses eines, jenes welches. Vielleicht. Doch, Moment! Eine Bombe müsste doch helfen. Zamp! Ach, zu kurz. Effekt gleich null. Was zum... Bombs! Oh, nein! Ist es tot? Es klingt so. Bombs! Ja, es ist tot. War es vorher auch schon, aber jetzt ist es richtig tot. Bäh! Zomp! Klasse! Unser Munitionsvorrat neigt sich dem Ende entgegen. Bäh! Hier explodiert alles. Die Gegner hinterlassen Credits. Die Türen sind geschlossen. Die Technik spielt verrückt. Und wir haben für nichts mehr Munition. Geil! Ach, Mist. Es wird Zeit, zur Werkbank zurückzukehren. Und es wird Zeit, nochmal ein mittleres Medipack zu benutzen. Gluck, 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 gluck. Werkbank. So, wir besitzen keine Energieknoten. Der Weg hat sich nicht gelohnt. Yeah. Die kriegen nicht! Stimme über die Lautsprecher. Irgend so ein Fanatiker, der an die Macht des... äh... Marka glaubt. Was der Marke ist, hab ich schon zu Genüge erklärt. Ähm... Oh, hi! Hi! Bams! Ne? Moment. Hinter mir ist nichts. Gut. Bams! Hihi! Nein! Du hier! Wieso klappt das nicht? Ich will Stase einsetzen. Zups! Hitze. Hä? Ach so, tot, ja. Fußball! Brrrm! Oh, Stase! Brrrm! Tot! Brrrm! Ah. Somp. Jo, da können wir uns noch mal die Zeit nehmen nachzuladen. Hopp! Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du viel Kalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Oh nein! Woher soll ich nur DNA-Proben des genetischen Gewebes bekommen? Woher soll ich nur genetisches Gewebe der Aliens bekommen? Ich habe keine Ahnung. Oh, hi! Gut. Äh, wo geht's jetzt lang? Chemisches Labor. Ja, chemische Forschungseinrichtung. Klingt gut. Chemische Forschungseinrichtung. Weil es ist Wissenschaft! Hinunter! Yeah! Ich brauche Munition! Im Notfall müssen wir sie uns zusammenbasteln.